Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Handelstag und an den Börsen relative Ruhe, zumindest was den DAX angeht. 9.450 heute die Frühbörse und es bleiben die Marken des gestrigen Tages 9.3 unten, 9.6 oben und dann weiter entfernt 8.900, 9.800 als die größeren Marken, die es zu beachten gilt. Also heute noch Geplänkel. Aber Hyper Hyper heißt an der Börse heute, Zalando geht an selbige und da wird geschrien, na zumindest medial. Immer wieder dabei sein, immer wieder rückwärts, heißt das Prinzip hier. Kommen Sie ran, kommen Sie näher, gewinnen Sie ein Teddybär. So mag man es glauben, wenn man hier den Rummel an der Börse sich anschaut. Tatsächlich, Zalando überall gehypt, haben gerade noch auf der letzten Rille im letzten Quartal vor dem Börsengang noch eine schwarze Null, einen leichten Gewinn erwirtschaftet. Na gut, erwirtschaftet, sagen wir mal ausgewiesen. Es bleibt interessant zu sehen, wie nachhaltig das ist. Wir schauen bei anderen Unternehmen immer darauf, wie die Gewinnergebnisse, die Gewinne der letzten Jahre aussehen, wie die Prognosen aussehen. Und hier freut man sich schon über ein erfolgreiches Quartal. Wie gesagt, man kann durch Bilanzverschiebungen, alles im legalen Bereich, immer die eine oder andere kurzfristige Ergebnisse, Verbesserung, Veränderung erreichen. Ob das langfristig dann auch Substanz hat, das bleibt abzuwarten. Und die Aktie kam mit 21,50 Euro. So zumindest war dann der Ausgabepreis. Der erste Kurs gleich bei 24,50. Wie gesagt, es war nicht anders zu erwarten, als dass zunächst mal ein Erfolg da ist. Der große Hype all derer, die bei der Zeichnung nicht berücksichtigt wurden und gleich zum ersten Kurs nachkaufen wollen, weil sie selbst schon mal bei Zalando bestellt haben. Zwar keine Ahnung von den Aktien haben, aber man hat doch schon mal Schuhe bestellt. Also muss man auch die Aktie besitzen. So glaubten wohl viele. Danach kam der Kurs gleich wieder runter auf 21,50 Euro, den Ausgabepreis. Hier hält es sich nur gut. Natürlich, es gibt hier auch die Kurspflege der Emissionsbanken und natürlich vieler Beteiligter, die hier sich keinen Debakel leisten wollen. Noch dazu, wenn morgen Rocket Internet an die Börse geht. Ohnehin, ich glaube durchaus, dass die Aktienkurse sich in den nächsten Monaten durchaus positiv entwickeln mögen. Nachhaltig bezweifle ich nur die Geschäftsmodelle, nicht die Spielereien im Aktienkurs, zumindest für die ersten Monate, vielleicht ein, zwei Jahre. Aber wir reden ja hier in der Regel über langfristige Investments, Geldanlage. Und da fällt es mir offen gestanden schwer, bei Zalando, Alibaba und den 40 Räubern oder auch den Internetraketen zuzugreifen. Wenn morgen Rocket Internet kommt, und ich hatte ja nur schon einiges dazu gesagt, Ich möchte mich jetzt auf etwas anderes beschränken. Sie kennen meine negative, meine skeptische Einstellung zu dem Geschäftsmodell, zu den langfristigen Erfolgsaussichten auch von Rocket Internet. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle nur zwei Zitate aus dem Geschäftsbericht erzählen, die wir dort gefunden haben an dieser Stelle. Übrigens besten Dank für die Vorarbeit für Bankhausrott. Aber zwei Zitate aus dem Geschäftsbericht seien erwähnt. Unsere ausgereiftesten Unternehmen, die sogenannten Proven Winners, also die bewährten Gewinner, erwirtschafteten Gesamtumsatzerlöse von 757 Millionen Euro. Umsatzerlöse, muss man dazu sagen. Sowie Gesamtjahresfehlbeträge von 442 Millionen Euro. Also knapp 60% der Umsätze so hoch war der Verlust. Und das sind die Proven Winners. Da will ich nicht wissen, wie die anderen Firmenteile, die nicht so doll laufen, ausgesehen haben, wenn die Gewinner es schaffen, 60% des Umsatzes in Verluste umzuwandeln. Aber, interessant, auch noch ein anderes Zitat. Nahezu alle unsere Unternehmen weisen eine begrenzte Historie ihrer Geschäftstätigkeit auf, machen derzeit bedeutende Verluste und verfügen über einen negativen operativen Kapitalfluss, erfordern einen hohen Kapitaleinsatz und werden möglicherweise nie gewinnbringend oder zahlungsmittelgenerierend sein. Meine Damen und Herren, wer diese Aktien kauft, der muss schon verdammt tief im Glauben stehen. Warum sollte ich als Anleger eine solche Aktie kaufen, solange es von guten Aktien wie Cisco, Apple, IBM, Siemens, Volkswagen, Daimler noch genug Stücke am Markt gibt? Das muss mir mal jemand erklären. In Hongkong, zwei Tage Feiertag an der Börse und nach dem Kursrutsch der letzten Tage geht es hier zunehmend chaotisch zu, was Demonstrationen angeht und durchaus interessant, wie die Medien darauf reagieren. Ich kann Ihnen immer wieder empfehlen, auch Bild zu lesen, Bildung, Bildzeitung bildet. Und vor allem durchaus interessant zu sehen, welche Interessen dann die Strippenzieher hinten dran haben, wie die Stimmung der Bevölkerung sein soll, was man glauben soll, welche Stimmung man generieren will. Und wir hatten das gesehen, dass all die Demonstrationen der letzten Jahre, die haben auch immer Namen bekommen. Das war die Orangenrevolution, die Nelkenrevolution und so weiter und so weiter. Dass man die einordnen konnte, dass die vernünftige gleiche Bezeichnung hatten. Und in Hongkong ist sofort ab den ersten Tagen die Regenschirmdemonstration. Und es ist durchaus ein Thema, das man sich anschauen sollte. Denn China hier unter Druck zu bringen, kann durchaus ein Thema sein. Es geht um die Demokratiebewegungen, durchaus nachvollziehbar in Hongkong. Aber das ist durchaus gefährlich, eben auch für Peking. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, auf die Situation, auf die Parallelen mit Ukraine. Damit kriegt man Moskau massiv unter Druck. Vielleicht eines Tages die Revolution in Moskau. Und das, was in Hongkong passiert, kann durchaus in China für ziemlich Ärger sorgen, wenn dort ebenfalls eine Demokratiebewegung entsteht. Wir erinnern uns an die Panzerniederschlagung der Studentenproteste vor vielen Jahren. Und in Peking kann das durchaus spannend werden. Ich kann Ihnen diesbezüglich den Artikel, der heute auf Cashkurs erscheint, von Willi Wimmer diesbezüglich nur wärmstens ans Herz legen. Er hat ja über Jahrzehnte die deutsche Außenpolitik mitbestimmt. Und beste Kenntnisse über die Zusammenhänge der Vergangenheit und der Gegenwart, was diese geostrategischen Themen angeht. Ich kann Ihnen den heutigen Beitrag nur wärmstens ans Herz legen in Bezug auf Hongkong und China. Und das darf man sich durchaus anschauen. Und bitte auch nochmal mit der Frage verknüpfen, die ich bereits im ersten Buch Crashkurs aufgeworfen habe. Nämlich der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Amerika zuschaut, wie China einfach so die weltwirtschaftliche Nummer 1 wird und damit auch die weltweit politische Nummer 1 wird. Oder wird Amerika alles in seiner Macht stehende tun, um das zu verhindern. Jetzt müssen wir nicht jede Demonstration auf die Amerikaner schieben. Aber Interessen sind hier definitiv vertreten. Kurz weiter zur Industrie. VDMA, das heißt der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagebauern, haben den Auftragseingang vermeldet. Und der war im August unverändert gegenüber dem Vorjahr. Interessant ist die Aufteilung. Die Inlandsaufträge plus 19%, Ausland minus 9%. Also hier merken wir definitiv die Abschwächung außenrum. Bleibt dann die Frage, wann auch die Investitionen im Inland nachlassen. Ebay, gestern deutlich im Plus, trennt sich von Paypal. Hier hat der Großinvestor ICAN endlich sein Ziel durchgesetzt, dass der große Profitteil von Ebay abgespalten wird. Paypal wird eine eigenständige Firma, wird selbstständig an die Börse gebracht. Ja, aber warum ist es dann so toll? Das ist doch eigentlich die gleiche Firma. Ob die jetzt zusammen sind oder getrennt sind, wo ist der Unterschied, mag man sich fragen. Tatsächlich ist es auch nur ein sehr kurzfristiger Effekt. Man sagt, dass beide Unternehmen separat voneinander neu bewertet werden können, von den Märkten bewertet werden. Paypal, wenn die an die Börse gehen, wird es einen riesen Hype drum geben. So wie jetzt bei Zalando und Alibaba und so weiter, da kann man trommeln. Und dann werden die Bewertungen für diese Anteile von Paypal ganz stark nach oben gehen. Und somit wären dann Ebay und Paypal getrennt, wenn man sie zusammenrechnet, mehr wert als heute Ebay. Eigentlich Taschenspielertricks auf der Psychologie der Anleger, aber so funktioniert es nun mal. Und das hat eigentlich jetzt nichts mit einer guten Entwicklung bei Ebay zu tun, sondern schlichtweg damit, dass sich ein Investor durchgesetzt hat, der damit kurzfristig Gewinne generieren will. Weil es auch die beiden getrennt, kann ich erstmal an der Börse teurer verkloppen als gemeinsam. Und das hat sich durchgesetzt, wie so oft kurzfristiges Denken an der Börse. Microsoft bringt ein neues Windows raus, überspringt die neuen, geht gleich zur 10 und erkennt, dass Windows 8 mit der Struktur der Quadrate ein völliger Flop war. Also das wurde von den Kunden überhaupt nicht angenommen. Da fragt sich der geneigte User doch, sag mal, prüft ihr vorher, ob die Leute, ob eure Kunden das überhaupt wollen? Macht ihr da Markterhebungen oder schraubt ihr da irgendwo im Hinterzimmer einfach was zusammen und guckt mal, was dabei rauskommt? Also ein Autobauer, der so wenige Autos in der Modellpalette hat, wie Microsoft mit seinem Betriebssystem und sich einen solchen Flop erlauben würde, na, den würde man aber stark in Frage stellen, vor allem seine Entwicklungsabteilung. Und das muss man auch bei Microsoft. Also wenn die so unkoordiniert den Markt angehen, dass sie einfach mal ein so wichtiges Produkt wie Windows raushauen und hinterher feststellen, ach, war ein völliger Flop, müssen wir anders machen, dann muss man sich schon fragen, ob die da wirklich die richtige Struktur in ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Bleiben wir bei der Autoindustrie mit massiven Problemen in Russland zu kämpfen. Der Absatz Juli bis August 25% nach unten, weiter fallende Tendenz. VW, Renault, Nissan, Ford sind die großen Spiele aus dem Westen in Russland und die kommen zunehmend in schweres Fahrwasser. Also im Augenblick gilt für die Autowerte, obwohl die in den letzten Monaten stark gelaufen sind und ich auch immer wieder für die Autowerte, gerade die deutschen Player, mich stark gemacht habe, was die Aktien angeht, gilt momentan eher Vorsicht. Also da muss man momentan nicht aggressiv zukaufen, auch wenn die Bewertungen okay sind, aber da kommt jetzt ziemlich schweres Fahrwasser über die Merchant Markets, über Russland, über China, über Südamerika. Deshalb im Augenblick ein bisschen Zurückhaltung bei den Autos. Lufthansa, wieder Streiks hier stehen an, regelmäßig. Dazu Streik am DHL Luftverkehrskreuz in Leipzig. Da bleibt nur die Erkenntnis, Finger weg von Luftverkehrsaktien. Sie sind einfach schwer kalkulierbar. Ständig Streiks, ständig Ausfälle. Ein Auf und Ab der Ergebnisse der Kurse, also Luftverkehrsaktien. Da muss man schon wirklich sehr, sehr in der Materie sein und ständig hin und her springen, um da vernünftig anzulegen. Also für den langfristigen Investor eher nicht so die erste Wahl. Bei Adidas kommt es zu Aktienrückkäufen. Das dürfte der Aktie durchaus in den nächsten Wochen Schub geben. Ja, kommen wir nochmal zum politischen Bereich, beziehungsweise Gesundheitsthemen. Ebola in den USA angekommen. Das ist heute eine der großen Meldungen. Und das ist natürlich durchaus, dass wir Sorgen im Land führen. Und wie in der Vergangenheit auch, waren die Ängste vor irgendeiner Gefährdung der eigenen Bevölkerung immer eine Grundlage, mit der man am Ende auch wieder und wieder die Freiheitsrechte abgeschafft hat, die Kontrolle erhöht hat. Und man muss kein Schelm sein, um anzunehmen, dass auch das wieder genutzt wird. Denn wir sehen jetzt, da ist ein Mann eingereist und jetzt liegt er im Krankenhaus. Man weiß nicht, mit wem hatte der Kontakt. Wen hat der möglicherweise angesteckt? Und da wirft sich sofort doch die Frage auf, ja, wenn man nur eine ständige Aufzeichnung hätte, wer wann mit wem Kontakt gehabt hat, ja, dann könnte man die sofort kontaktieren und die Seuche eindämmen, bevor es ganz Amerika trifft. Also, da müsste man doch dringend was tun. Finden Sie nicht auch? Interessant ist, wenn man sich anschaut, wie Amerika vor 20 Jahren aussah, wie unsere Freiheit vor 20 Jahren aussah und welche Einschränkungen heute stattgefunden haben, ich hatte die Tage einen sehr weisen Taxifahrer. Oftmals hat man da sehr spannende Gespräche. Und dieser Taxifahrer hat einen schönen Vergleich gebracht, der schon älter ist, aber lange nicht mehr gehört. Es ist, wenn man einen Frosch in heißes Wasser schmeißt, springt er sofort wieder raus. Setzt man ihn aber ins Wasser und dreht den Herd auf und lässt das Wasser langsam heiß werden, dann bleibt er drin sitzen, bis er verkocht ist. Und so ist es hier wohl auch, hätte man die ganzen Veränderungen der Freiheitsrechte in Amerika, auch bei uns, innerhalb von einem Jahr durchgepeitscht, einfach per Gesetz. Wir wären amok gelaufen, die Straßen wären voll mit Protesten. Aber so sukzessive, Stück für Stück, bleibt der Frosch im Wasser sitzen. Tja, mal sehen, wann wir abgekocht sind. Die Türkei an der syrischen Grenze zieht ihre Truppen zusammen. Und hier natürlich die erste Meldung, die wollen gegen die ISIS vorgehen, gegen den IS oder wie immer es gerade genannt wird. Aber am Ende geht es um die Angst vor dem Kurdenstaat. Die Türkei hat die zweitgrößte NATO-Armee nach den USA. Und natürlich haben die vor dem, was wir, was die USA hier gerade versucht zu kreieren, nämlich mitten im Nahen Osten einen kurdischen Staat als neue Größe. Davor hat die Türkei natürlich große Sorge. Und möchte jetzt an der syrischen Grenze gegen die kurdischen Teile auf dem syrischen Gebiet vorgehen. Das ist das, was da hinten dran steckt. Und nicht der Vormarsch gegen die IS. Ganz im Gegenteil. Unter Umständen hat die Türkei an der IS momentan sogar ein gewisses Interesse, den Aufmarsch oder diese Entstehung eines Kurdenstaates zu verhindern. Also eine ganz spannende Entwicklung, was hier im Nahen Osten gerade los ist und welche Büchse der Pandora wir hier wieder geöffnet haben. Einige Wirtschaftsdaten noch heute um 14.15 Uhr in den USA Arbeitsmarktdaten, 16 Uhr ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen erfolgreichen Handelstag. Schreien Sie nicht zu laut für Solando. Machen Sie es gut und bis morgen. Schreien Sie nicht zu laut für Solando.